Ich habe gerade drei Tor-Bälle-Training gemacht und habe zu einer von gehalten, also ich bin so auswunbereit. Also du solltest Tore machen und hast gehalten, das ist schon mal gut. Achso, verstehe, verdammt, halte Training. Und ich habe schon wieder null Punkte. Geh ins Tor, du kannst, Marco. Ah, du bist ja schon da, sehr gut. Bin schon längst am Geiern wieder. Oh, Kai, du musst mich berühren. Ah, shit. Nee, Marco hat alles gut. Aua. Okay, alles gut. Ähm. Ich muss sagen, dass du... Aua. Ja, ich hatte den so gut, dass ich niemandem Bescheid sagen musste. Jetzt passt er sogar. Geiler Typ. Oh, der Marco, typisch, ey. Abverkackt, Jens, du musst... Danke. Das war eine Taktik, das war Taktik. Ja, um ihn zu verwirren. Das hat ihn voll fertig gemacht. Oh, jetzt kriege ich die Rasse für Markus' Drecksack-Move. Hahaha. Ist das nicht immer so? Du bist der jüngere Bruder. Oh, leid. Äh, gut, der... Geht, Jens, nicht. Er kam sowas von scheiß schnell. Oh, nein. Oh, hast du mich gesehen? Guck mich an, wie ich das Tor fast gemacht hätte. Oh, guck, ich mach'n Backflip. So, Marco, lern das doch auch mal, bitte. Hey, alle Geiernser auf mein Nitro, diese Schweinchen. Und Marco macht fast das leere Tor. Oh, Jens, wie ist das Tor, bitte? Auf dein Nitro. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn holen kann. Ja, doch. Ach, shit. Haben wir extra gemacht, weil ich dachte, Marco wäre zuerst. Wow. Der wollte mich killen, die kleine Ratte. Geht nö. Hehe. Ernst? Ernst, ich bin geflogen, alle sind mitgeflogen, dann hab ich aufgehört. So, okay, ja. Oh, nee, dann lass ich. Ja, gut. Versauben Marco erstmal seine Chance. Und machen selber. Nice, ey. Alles erreicht. Könnte von mir kommen. Oh, passt, Marco. Du bist gekillt. Oh, shit. Deiner hat mich getackelt, ich hab dadurch beide getackelt. Ja, Kai, der kleine Pügelknabe. Der Bulli. No. Ei. Ja, die... Einer zieht nur drauf ab, oder zwei? Oh. Schön gemacht. Okay. Machst du, Jans? Ouch. Sorry. Schön. Oh. Boah. Oh, oh. Okay. Niemand ist losgeflogen. Nice. Weg mit dir, Marco. Marco, mach ihn, der ist in der Luft. Ach, Marco. Boah, ernst, so scheiße. Oh, sorry. Wollte den Ball auch letten. Ja, ich hätte dir auch mal sagen können, dass ich den wahrscheinlich hab. Okay, Marco hätte ihn auch halten können. Ja. Kam gerade an, musste bremsen. Idiot! Hat wieder nichts gemacht. Oh, oh. Oh, schade. Passt. Ich bin tot. Hui. Mist. Achtung, der killt wieder. Ja, der ist ganz knapp an mir vorbeigedüst. Jens, 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 Jens. Schön. Die waren alle drei Idioten drauf. Nee, warum hat das keine Vorlage von mir? Dann hast du das letzte Mal einen Kuh-Kollege. Komm, komm. Ich hab'n den vorgelegt. Ja. Krieg mal, das war nach. Äh, ich hab'n Bus und kann nix machen. Schön. Oh, der Penner will er wieder killen. Oh, ich. Ui. Nein, 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 nein. Geht'n der lang. Ach, hier, ach, Jens. Oh, ja. Wollte er wieder killen. Aber diesmal bin ich ausgewichen. Mitte, Mitte. Schade. Wollte er wieder killen. Ja, ja, die Idioten wollen nur killen. Ah, Dreck, schlechter Woll. Ja. Jens, schön angetäuscht. Genau. Ja, richtig. Boah. Schade. Oh. Yes. Jawoll. Die Loser. Guckst du dir an. Ja, das Tor muss komplett durch. Kommst du mit, Kai? Zu Mitte. Zu was? Zu Mitte? Ja. Marco geht nett, aber der Kai kommt mit mir. Hauptsache, wir kriegen den sicher weg, aus der Mitte. Ja. Ihr Loser. Marco, was ist, warum habe ich beleidigt? Beleidigst du uns? Oh, schon wieder die. Nicht fünfmal was für eine Parade. Ja. Ihr liebtes Squad. Schon wieder die Hongs, ey. Also, aufrasen, wieder vollkillen. Ja. Diese scheiß Spanier. Vielleicht mögen sie einfach nur den Film S. Oder das. Habt ihr da keinen Boost? Egal, Marco, mach den. Boah, der ist ja brutal. Boah. Boah. Ihr könnt ja greifen. Geht drauf. Geht nicht. Boah, scheiße. Ich hab's noch versucht. Ja, aber wir müssen es ja für uns ein bisschen schwer machen. Ja. Der kam irgendwie zu viel Wucht von der Wand wieder zurück, diese... Oh. Schön. Guck mal. Nein. Schön. Der Idiot hat mich gekillt. Ich hatte null Nito, jetzt hab ich's weiße. Nein. Ich hätte ihn killen sollen. Bin ich da. Oh Gott, ernst. Was war das denn von mir? Ich bin drüber gesprungen. Schlecht. Jetzt killen die auch noch. Yes. Solche Wichser. Ja, das sind sie. Marcoli, komm zu dir. Schade. Schade. Boah, Mann ey. Uff. Fört einmal auf hier. Schön. Oh. Wattung, hinter dir. Ja. Arsch. Mist. Der killt wieder after. Ja. Er ist wieder nur am killen. Sorry. Sorry. Ich teile es aber leider einen. Ich teile es aber nicht. Ich habe es verkackt, Mann. Oh, shit. Oh. 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 Echt. Oh. 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 so Wichser wären, hätte ich jetzt geschehen gute Fahrrad. Ja. Präblich. Aha, schlecht. Ist das einer von euch? Ja. Mann. Ach, Mann. Komm, du kannst. Oh, Konter, Jens. Komm, mach, 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 mach. Schön, ihr habt Zeit. Oh, Jens, wolltest du mich noch killen? Ich bin überrascht, dass du keinen Abstauern versucht hast. Ich wollte dich übersichern, falls ich da hätte was sichern können. Gegen die Wichser will ich gewinnen. Oh. Nein, ich habe gekackt. Achtung, kommt, geht aber nicht rein, geht nicht rein, aber der Abpraller vielleicht. Alles gut. Schön, Jens. Oh, fuck. Hast du Kai? Ja. Sehr gut. Schade. Wollte verarschen. Wollte verarschen. Wollte verarschen. Geht nicht. Nein, ich fühle dich nicht dran. Ach, schade, Jens. Die verarschen sich selber. Ich versuche nur noch vorzulegen. Aha, passt. Oh Gott, ich meine schon so. Aha, komm schon. Oh. Schade. Ah. Ich habe keinen Boost. Shit, schade. Ich hole ihn, Jens. Shit, shit, shit. Ich habe auch keinen Boost mehr. Schade. Schade. Nein. Hoch. Nee. Komm schon. Geh, geh. Nee. Vorlage. Ja. Yes. Ja, nice. Richtig geil. Geklärt, vorgelegt und gemacht. Alles schön verteilt. Oh, wenn wir wieder gewinnen. Oh, das war eine Auge. Oh, voll Jagd. Ja, das war voll geil, ey. Ey, wir müssen uns erst schwerer machen, ne? Oh. Sorry. Sorry, ich habe mich vertreiben. Habe ich verkackt, ey. So, ist es gespielt. Okay. Ja, ich habe nicht aufgefasst. Mist. Komm, nochmal einen Scheiß-Aufpraller. Ah, stimmt. Ah. Danke. Jetzt noch ein Counter wäre gut.